Dieses Video bietet Ihnen didaktische Informationen für die Verwendung des Werkstattbeispiels Buchstabenmixer in Ihrem Unterricht. Die Erarbeitung des Beispiels ist ab der fünften Schulstufe geeignet und ist fächerübergreifend konzipiert. Die Programmierung des Calliope Mini kann im Informatikunterricht erfolgen. Er wird dabei so programmiert, dass er im Deutschunterricht eingesetzt werden kann. Die zur Verfügung gestellten Arbeitsblätter können jedoch auch für den Fremdsprachenunterricht angepasst werden. Je nach Wissensstand der Schülerinnen und Schüler und abhängig von der geplanten Variante müssen zwei bis drei Unterrichtseinheiten zu je 50 Minuten eingeplant werden. Inhaltlich werden in diesem Werkstattbeispiel die Programmierkonzepte Variablen, Schleifen, Listen und Zufallszahl vorausgesetzt. Für das Programmieren des Buchstabenmixers benötigt man mit dem Internet verbundene Computer und einen Calliope Mini für je zwei Schülerinnen bzw. Schüler. Darüber hinaus sollten für die Anwendung im Sprachunterricht die vorgeschlagenen Kopiervorlagen, Wörter finden und Wortarten in Klassenstärke bereitgestellt werden. Um den Ablauf des Programmes besser zu verstehen, sollte im Informatikunterricht zuerst ein Flussdiagramm mit der Klasse erarbeitet werden. Dieses soll den Schülerinnen und Schülern als Grundlage für die Implementierung des Codes dienen. Für dieses Werkstattbeispiel ist es wichtig, im Editor in den fortgeschrittenen Modus zu wechseln. Dieser ist hier mit einem roten Kreis gekennzeichnet. Hier sehen Sie das Flussdiagramm und den dazugehörigen Programmcode. Diesen können Sie direkt über den QR-Code aufrufen. Im Deutschunterricht kann der von den Schülerinnen und Schülern programmierte Buchstabenmixer nun zum spielerischen Lernen verwendet werden. Das erste Spiel nennt sich Wörter finden. Dabei spielen jeweils zwei oder drei Schülerinnen und Schüler gemeinsam. Mit leichtem Schütteln der Platine wird das Programm begonnen und der Calliope Mini gibt einen Zufallsbuchstaben aus. Nach einer Minute blinkt die Farb-LED grün und es ertönt ein Warnsignal. Die Schülerinnen und Schüler müssen in dieser Minute möglichst viele Wörter aufschreiben, die mit diesem Buchstaben beginnen. Wer die meisten Wörter gefunden hat, gewinnt diese Runde. Im zweiten Lernspiel geht es um die Wortarten. In Anlehnung an das Spiel Stadt, Land, Fluss werden mit dem vom Calliope Mini vorgeschlagenen Buchstaben ein Substantiv, ein Adjektiv, ein Verb und ein Pronomen, ein Artikel oder eine Präposition aufgeschrieben. Sowohl der Ablauf des Spiels als auch die Punkteverteilung sind gleich wie bei Stadt, Land, Fluss. Unser Tipp, schwierige Buchstaben wie beispielsweise Q, X und Y können ausgelassen werden. Dazu werden sie im Programmcode nicht in die Liste aufgenommen. Natürlich lässt sich das Beispiel-Buchstaben-Mixer noch für andere Verwendungen erweitern. Der Calliope Mini kann zum Beispiel für eine Blindgeschichte weiterverwendet bzw. geringfügig angepasst werden. Eine Blindgeschichte sieht folgendermaßen aus. Es arbeiten jeweils zwei Schülerinnen bzw. Schüler zusammen. Beide haben einen leeren Zettel vor sich liegen. Die Lehrperson gibt ein Anfangsszenario vor. Nun gibt der Calliope Mini einen Zufallsbuchstaben aus. Mit diesem Buchstaben muss das erste Wort ihres Satzes beginnen, mit dem die Geschichte von oben weitererzählt wird. Für das Ausdenken und Aufschreiben des Satzes gibt es ein Zeitlimit von etwa drei Minuten. Nach Ablauf dieser Zeit gibt der Calliope Mini einen Warnton und die LED leuchtet rot. Danach faltet der Schüler oder die Schülerin den Satz nach hinten, damit ihn der nächste Schüler oder die nächste Schülerin nicht sehen kann und tauschen die Zettel. Der Calliope Mini gibt wieder den nächsten Anfangsbuchstaben vor. So werden die Geschichten weitergeschrieben und nach jedem Satz getauscht. Am Schluss, beispielsweise nach zehn Sätzen, werden die Blätter entfaltet und die Geschichten vorgelesen. Die witzigsten, absurdesten oder überraschenderweise zusammenpassenden Geschichten können laut vorgelesen werden. Eine weitere mögliche Anpassung des Buchstabenmixercodes kann für Storycubes verwendet werden. Der Spielablauf ist folgendermaßen. Auf der Kopiervorlage sind in den Feldern 1, 2 und 3 Orte aufgeschrieben. In den Feldern A, B und C Charaktere gezeichnet, zum Beispiel ein Tier, eine Frau, ein alter Mann. Und in den Feldern Kreis, Quadrat und Herz sind Gegenstände dargestellt. Der Calliope Mini gibt nun auf ein Startsignal, Knopf gedrückt oder schütteln, nacheinander eine zufällige Zahl, einen Buchstaben und ein Symbol aus. Aus dieser Triade von Ort, Protagonist und Gegenstand soll nun eine Geschichte geschrieben werden. Je nach Thema kann der Zettel natürlich angepasst werden bzw. von den Schülerinnen und Schülern selbst befüllt werden.